Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 7. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1206. Heute mit den folgenden Themen. Drohnen, Stadia, Frogger, iOS 15, Bosch, Acer und SpaceX. Wer sich jetzt denkt, weshalb spricht er über iOS 15? Ja, heute ist die normale Episode für diesen Dienstag. Wer sich über die WWDC und all das, was rundherum passiert ist, austauschen oder besser gesagt einhören möchte, dazu gab es eine kurze Daily-Episode gestern, die ich euch in den Podcatcher gelegt habe. 12.05 wäre das. Und oder ihr drückt einfach im Podcatcher eurer Wahl oder auf daily.tiktok.ch auf die entsprechende Episode. Also, zu allererst kommt Maternet. Maternet ist eine amerikanische Firma, die Drohnen entwickelt. Grosse Drohnen, die Dinge transportieren. Dinge wie zum Beispiel Blutkonserven, die in ein Labor müssen. Von einem Spital zum anderen oder von einem Spital zum Labor oder wie auch immer. Die haben das Ganze getestet in der Schweiz, zusammen in Mitarbeit mit der Schweizer Post. Das passierte in Zürich mit einer Pause, weil da so ein Ding runtergeflogen ist. Das passierte in Lugano und ich bin nicht ganz sicher auch irgendwo in der Westschweiz. Also Lugano für die Nichtschweizer, das ist ganz im Süden, im Tessin, da wo es warm ist und schön ist. Die haben das gleiche Problem wie in Zürich. Auf der einen Seite haben sie das Labor oder eines der Labore. Auf der anderen Seite ist das Spital. Und wenn das Ganze mit Autos oder mit Velokurieren drüber transportiert werden muss, dann dauert das einfach. Vor allem in der, ja, wenn Rushhour ist, etc. Und das sind Dinge, die nicht sein müssen. Vor allem geht da auch, ja, wie sagt man dem, wie heisst das schon wieder? Abgas raus, der nicht sein muss. Und alles, was drumherum ist. Was ist jetzt passiert? Das Ganze lohnt sich für die Schweizer Post anscheinend nicht. Für sie war es ein Pilotprojekt. Man hatte sich das Ganze angeschaut und möchte das nicht mehr weiter verfolgen. Matternet wird das Ganze in der Schweiz noch weiter pflegen, weiter anbieten. Wie es sich entwickeln wird, wird sich zeigen. Ich glaube aber, solche Dinge werden wir in Zukunft vermehrt sehen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Google Stadia. Oh nein, der Dienst ist nicht tot. Und ja, meine Library ist riesig, aber ich komme einfach nicht zum Spielen. Denn jeden Monat kommen da ja neue Spiele mit dazu. Wenn man Pro-Nutzer ist und das auch bezahlt, dann bekommt man immer wieder die neuen Titel. Man muss einfach daran denken, einmal im Monat reinzugehen und sich die neuen Titel zu klicken. Deliver Us on the Moon, Lake, Deathrun TV und Through the Darkness of Time sind die neuen Titel, die es gibt. Ich hätte Lust, das ein oder andere anzuspielen. Aber wie ich schon einleitend gesagt habe, die böse Zeit ist einfach nicht da. Das gleiche gilt übrigens für Apple Arcade, was wir da seit neuestem auch haben. Dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Ja, Frogger and the Rumbling Ruins. Irgendwie geht Frogger. Ihr kennt das vielleicht noch, das kleine Fröschchen, was früher über die Strasse musste. Das geht jetzt irgendwie auf die Spuren von Indiana Jones. Oder ist es doch, wie heisst die liebe Dame, Tomb Raider? Ja, ihr wisst, wer ich meine. Die geht, also der Frosch darf sich jetzt durch Ruinen gegen Monstern kämpfen. Keine Ahnung was. Ich habe keine Zeit. Ich will aber spielen. Gut, also kommen wir zu iOS 15. Das, was es aktuell gibt. Nicht das, was gestern vorgestellt wurde. 16, das erst im Herbst kommt und toll ist und bunt und neue Funktionen und so weiter. Ne, es geht um iOS 15 und die Verbreitung dessen. Apple hat kurz vor der WWDC am letzten Freitag bekannt gegeben, dass aktuell 90% der iPhones das installiert haben. Wenn man das in Klammern anschaut, sind es gerechnet auf die Geräte, welche in den letzten vier Jahren verkauft worden sind. Ja, das sind nicht wenige, aber es sind natürlich nicht alle iPhones, die es auf dieser Welt gibt. Da, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ein bisschen tiefer schaut, sind es immerhin noch, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, 72 oder 79% die das drauf haben. Also von den Geräten, die es möglich sind. Das ist ein bisschen weniger schnell als bei iOS 14. Liegt unter anderem sicher daran, dass am Anfang von iOS 15 den einen oder anderen Stolperstein gegeben hat und die eine oder andere Funktion erst nachgereicht wurde. Aber dennoch, ich muss es glaube ich nicht erwähnen, mit Blick auf Android und so weiter, eine riesen Zahl und eine riesen Base, auf die Entwickler bauen können, auf die die Kunden bauen können und auf die sich Apple natürlich freut. Bosch hat sein Bekenntnis zum Smart Home Standard Matter ein bisschen ausgebaut. Man hat jetzt gesagt, das Ganze wurde ja verschoben auf den Herbst, dass Anfang 2023 ihre ersten Geräte damit rauskommen werden. Und man weiss nicht, wie und wie weiter der ZigBee 3.0 Standard, weil sie aktuell in ihren Geräten verbaut werden, da noch weiter gepflegt und oder ausgebaut wird. Ich könnte es mir schon vorstellen, denn so ein Zweitstandard, eine Zweitmöglichkeit ist immer gut. Aber wie gesagt, auf Anfang des nächsten Jahres gibt es neue Geräte dann auf der kompletten, wie sagt man dem so schön, nicht kompletten, sondern geräteübergreifenden Matter-Standard. Auch Thread wird ein Thema sein. Wir dürfen gespannt bleiben. Dieses Thema wird uns noch im Weichen begleiten und ich glaube noch nicht ganz so richtig daran, auf Ende dieses Jahres, denn ja, ihr wisst ja, Chip-Krise und so eine Geschichte. Dann hat Acer vorgestellt und zwar zwei neue Curved-Monitore. Zum Arbeiten im Büro sollen die geeignet sein. Zum einen ist es ein 34 Zoll und ein 37,5 Zoll Monitor. Schaut optisch schön aus, schlicht aus, einfach verbaut. Haben eine Docking-Station mit verbaut, mit USB-C, wo auch Strom durchgeschleust wird. Es hat einen Ethernet-Port, einen KVM-Switch etc. alles mit dabei. Ab irgendwie 800 respektive 1200 Währungseinheiten geht es bei den beiden Monitoren los. Und zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten von SpaceX. Da hat Elon Musk wieder mal verlauten lassen, es ging mal nicht um Tesla und vor allem nicht um Twitter. Es ging um Starlink, dass sie die zweite Generation seiner Satelliten, die Starlink, die Welt umrunden und ihnen oder uns Internet bringen sollen, wenn man dann einen entsprechenden Parabol-Spiegel am Boden hat. Ja, Starlink 2 ist sieben Meter lang und 1,25 Tonnen schwer. Das ist im Vergleich zum Vorgängermodell, was nur 260 Kilogramm wog. Natürlich in riesen Fetzen und da hat der eine oder andere Mühe, zum Beispiel ein paar Leute bei der NASA haben da schon Einspruch erhoben, dass man sowas dann nicht unbedingt gerade im Weltall, im erdnahen Weltall rumfliegen lassen wollte. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Starlink mit dem Ganzen durchkommen wird. Da stehen noch ein paar Prüfungen an, ob man das wirklich dann im Weltraum schiessen darf und oder ob es da noch Möglichkeiten gibt, wo dann Starlink zurückschrauben muss. Wir werden es sehen, wir werden es mitbekommen, wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall ist klar, dass mit den aktuellen Raketen von Elon Musk, also von SpaceX, das Ganze nicht hoch transportiert werden kann. Und somit verzögert sich das sowieso noch ein bisschen. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag, habt eine schöne verkürzte Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.